Musik Manchmal ist es notwendig, alles in der Schule und Hochschule erlangte Wissen zu vergessen, um scheinbar längst bekannte Dinge neu betrachten zu können. Jeder Mensch kommt wahrscheinlich irgendwann im Laufe seines Lebens an den Punkt, an dem er erkennt, dass sein Leben eine Art Kreislauf zu sein scheint, und man rückblickend feststellen muss, dass man sehr viel Lebensenergie für offensichtlich sinnlose Dinge verschwendet hat. An diesem Punkt hat man die entscheidende Möglichkeit, seine bisherigen Denk- und Betrachtungsweisen über Bord zu werfen, und eine andere Perspektive auszuprobieren. Es ist der Punkt, an dem man die Chance hat, all seinen Mut zusammenzunehmen, um der Tatsache ins Auge zu blicken, dass vielleicht einige der scheinbar unverrückbaren Tatsachen, von denen man ausgegangen ist, einfach nicht stimmen. Dass wir entweder im Irrtum waren, oder einer bewusst inszenierten Täuschung aufgesessen sind. Es ist einer der schwersten Schritte überhaupt, sich diese Tatsache selbst einzugestehen. Doch zu unserer Verteidigung muss man sagen, dass uns allen ganz gezielt und über einen sehr langen Zeitraum eingeimpft wurde, dass standhafte Zinnsoldaten, die sich bis zuletzt an ihre anerzogenen Wahrheiten halten, mehr gelten, als jemand, der seine Überzeugungen einfach über Bord wirft, um neue Wege zu gehen. Es bedarf großen Mut und auch Ausdauer, sich auf dem Weg zu machen, um die Wahrheit zu finden. Doch jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Daher lasst uns heute über eine Sammlung von Gemälden aus dem 18. Anfang 19. Jahrhundert ein wenig nachsinnen. Hier sind einige leuchtende Gemälde verschiedener Künstler, die nicht nur derselben Epoche angehören, sondern auch inhaltlich verbunden sind. Beim Blick auf diese Gemälde stellt sich die Frage, sind dort in Europa im 18. und 19. Jahrhundert keine unzerstörten Gebäude verblieben? Die allgemeine Erklärung der Historiker und Kunstwissenschaftler lautet, es wäre eine Kulturströmung oder ein Trend der Zeit. Einige dieser Ruinen existieren noch heute als restaurierte Anlagen oder als offensichtliche Neubauten. Aber der größte Teil der Gebäude ist nachträglich unwiederbringlich zerstört und abgerissen worden. All diese Gemälde vereint die Tatsache, dass die Künstler die Wirklichkeit fotografisch genau abgebildet hatten, ohne darüber nachzudenken, wie ihre Nachfahren diese Werke interpretieren werden. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, dass jene Nachfahren ihre Werke als beschönigte, übertriebene Produkte einer lebhaften Fantasie deklarieren würden. So schreiben moderne Lexika und Handbücher über die ruinistische Malerei. Diese Werke, deren Hauptmotive Parts und manchmal reale, aber doch meistens ausgedachte imposante Ruinen sind, von denen eine Vielzahl aus Skizzen während eines Aufenthaltes in Italien stammen. Die Wahrheit ist wohl eher, dass die Künstler einfach die sie damals umgebende Welt dokumentiert haben, so wie sie wirklich war. Wir sehen auf den Bildern, dass es wohl im 19. Jahrhundert, also nach historischen Maßstäben, erst gestern eine bäuerliche Zivilisation gegeben hat, die offensichtlich von einer kleinen Gruppe Menschen gelenkt wurde, deren Kleidung sichtlich etwas teurer anmutete und die auf den Ruinen riesiger megalithischer Anlagen lebten, welche sie wohl ganz offensichtlich nicht selbst erbaut hatten. Und die allgemeingültige Erklärung, dass entfernte Vorfahren dies alles erbaut hatten, aber dann durch eine tausendjährige Epoche mittelalterlichen Dunkels, alle verlernt hatten, solche Wunderwerke zu bauen, scheint mir sehr weit hergeholt. Man hatte offensichtlich auch vergessen, welchen ursprünglichen Sinn und Zweck die Pyramiden einst hatten. Deswegen sprach ja auch nichts dagegen, diese Überbleibsel eines scheinbar übersteigerten Totenkultes abzubauen und deren Bestandteile für praktischere Zwecke zu nutzen. Nur seltsam, dass auf einem Gemälde eine Stähle aus Ägypten zu sehen ist, die laut offizieller Version erst im 19. Jahrhundert dorthin gebracht wurde. Darf ich an dieser Stelle den Ägyptologen und Kunstwissenschaftlern eine einfache Frage stellen? Wie konnte ein Maler mit Namen Giovanni Paolo Panini eine angeblich nur ausgedachte Pyramide und eine römische Stähle darstellen, wenn er sieben Jahre vor der offiziellen Entdeckung der ägyptischen Pyramiden und jener Stähle bereits verstorben war? Es sind hier Pyramiden mit ungewöhnlichen Proportionen abgebildet. Das Verhältnis der Basis zu ihrer Höhe ist ein völlig anderes als bei allen bekannten Pyramiden. Egal ob ägyptische, amerikanische, chinesische oder europäische. Es sind ganz offensichtlich keine Grabgewölbe. Und ich bezweifle, dass darin überhaupt irgendwelche Hohlräume vorhanden sind. Wozu dienten sie wirklich? Was sonst noch auffällig ist, sind die extrem hohen Decken und Durchgänge. Sie sind bautechnisch extrem aufwendig, arbeitsintensiv und vom Standpunkt des Nutzers her sinnlos und verschwenderisch. Alles in allem scheinen wir hier mit etwas Unmöglichem konfrontiert zu sein. Mit einem Ausmaß an Wissen, welches dem heute Bekannten weit überlegen ist. Doch wie passt diese Tatsache in die uns vermittelte Vorstellung, dass sich im Laufe der Geschichte der Wissensstand einer Gesellschaft kontinuierlich verbessert? Es scheint, dass ein großer Teil dieses Wissens inzwischen unwiederbringlich verloren gegangen ist. Wir haben zwar Erinnerungsreste von technologischen Prozessen, doch deren ursprüngliches Wesen haben wir vergessen. Betrachten wir nun den Zustand der Ruinen. Es sind keinerlei Spuren von Bombardierungen zu sehen. Die Spuren der Zerstörung scheinen eher natürlichen Ursprungs zu sein. Einige Bauwerke scheinen zum Teil von Erdbeben zerstört worden zu sein. Manche noch funktionierende Anlagen stehen neben anderen, die sehr starke Erosion aufweisen. Was von einem hohen Alter der Bauten zeugt. Die Frage nach deren tatsächlichem Alter ist eine der Kernfragen. Die Erfindung der Fotografie ermöglicht es uns zumindest, die Veränderungen zu verfolgen, die in den letzten 100 Jahren an einem Objekt vor sich gehen. Dadurch hat sich erwiesen, dass der Verschleiß von Felsgestein zehnfach höher ist als bisher angenommen. Was bisher auf fünf bis sieben Jahrhunderte datiert wurde, hat ein tatsächliches Alter von nur 80 bis 100 Jahren. Es täuscht, dass Städte aus Granit und Basalt unter Einwirkung von Regen, Wind und Temperaturschwankungen ein tausend Jahre lang wie neu dastehen können. In Wirklichkeit ist das, was die Maler am Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts fixiert haben, höchstens 300 bis 500 Jahre alt. Eine weitere sehr wichtige Frage ist, aus welchem Material die Bauwerke bestehen. Denn Stein ist nicht gleich Stein. Zu sehen ist hier oftmals Travertin, eine regionale Abwandlung von einfachem Kalkstein. Es spricht daher vieles dafür, dass diese Schönheiten nur etwa 100 Jahre zuvor erbaut wurden, bevor sie malerisch fotografiert wurden. Auch ist es nachvollziehbar, dass ein Großteil der Ruinen von den ortsansässigen Bewohnern als Baumaterial für Ställe und Schuppen verwendet wurde. Es deutet vieles darauf hin, dass sich um das Jahr 1700 herum eine riesige Katastrophe ereignet haben muss. Das ist kein Zufall, denn das Jahr 1700 ist grundsätzlich ein sehr rätselhaftes. Genau am Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert geschah auf der Erde etwas Globales, das alle Lebensbereiche betroffen hat. Es geschah ein technologischer Sprung. Dieser Schub in der Entwicklung hat sich in allen Bereichen menschlicher Tätigkeit bemerkbar gemacht. Darunter auch in der Malerei. Dank derer wir jetzt hier über diese Frage nachdenken können. So hat das Auftauchen der Kamera Obscura die Entstehung dieser Werke erst möglich gemacht, indem fotografisch genaue Abbilder fixiert werden konnten. Auch der heutige moderne Kalender wurde zu dieser Zeit eingeführt. Bis dahin war es das Jahr 7208 seit der Erschaffung der Welt. Vielleicht können wir uns diese Gemälde wichtige Hinweise darauf liefern, was in den letzten Jahrhunderten wirklich geschehen ist. Wie konnten wir den Zugang zu diesem fortgeschrittenen Wissen verlieren? Das sind die Fragen, die uns die Bilder der Ruinen zuflüstern. Und welchen Grund gäbe es, der Wahrhaftigkeit einer ganzen führenden Gruppe von Künstlern nicht zu vertrauen? Das ist die Frage nachdenken, was in den letzten Jahrhunderten wirklich geschehen ist. Das ist die Frage nachdenken, was in den letzten Jahrhunderten wirklich geschehen ist.